Hallo allerseits und willkommen zum fünften Türchen. Warum sucht der da jetzt so nah ran? Soll er nicht zum fünften? Nein, zum vierten! Heute ist nämlich der vierte Dezember Donnerstag. Das ist mein Adventskalender. Da ich die letzten drei Tage nicht zu Hause war, habe ich noch nichts da rausgenommen. Ehrlich gesagt, habe ich die los auch erst heute gekauft. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich nenne es Rubbel mit Niasu. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ja, jetzt habe ich natürlich alles weggehalten, aber hier sind die vier, die ich rausgenommen habe. Da sieht er gleich schon etwas nackiger aus. So, ganz schön rüber, damit ihr mein Chaos nicht seht. Ich habe hier nämlich schon mal was vorbereitet. Und zwar eine Möglichkeit, mein Handy zu halten, während ich hier rubbel, damit es nicht umfällt. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Ja, das ist doch cool. So, ihr seht hier, da mein Finger voll schrecklich. Ich bin nämlich einer, der knabbert. Nicht an den Nägeln, meine Uhr. Das war nichts. Meine Nägel sind mir heilig. Aber ich knabber leider ziemlich an der Nagelhaut. Wenn da so ein Fitzel übersteht, dann stört mich das. So. Wir haben gewonnen. Kann man das sehen? Ein Euro. Das ist gut. Ein Los kostet 50 Cent. Also haben wir schon mal den Preis für zwei Lose raus. Ich muss es mal ein bisschen mittiger machen. So. Da seht ihr nix. Tausend wäre geil gewesen, oder? Dann hätte ich euch ja mal irgendeinen coolen Preis gekauft und den verlost. Also nicht für tausend, ne? Das ist euch klar. Am Ende ist es so ein bisschen. Aber nee, hat nicht sollen sein. Tatsächlich gewinne ich im Schnitt immer 6, 7 Euro. Also ich habe, wenn ich Glück habe, mehr als die Hälfte vom Kaufpreis raus. So. Auch hier nix. Mach mal scharf. Kamera. Da. Können wir das... Da. 100, 1000, 10, 10. Nope. Auch nix. Und ein bisschen mittiger. Und einmal 50 Cent. So. Seht ihr hier? 3 mal 50 Cent. Und dann gewinnt, wenn man 3 mal den gleichen Betrag hat. Das ist euch, glaube ich, klar. So. Ich habe jetzt vier Lose für 2 Euro gekauft. Und 1,50 Euro wieder rausgeholt. Der Verlust ist jetzt also nicht ganz so groß. Bisher. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich werde jetzt so... Ja. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache demnächst. Weil ich ja jetzt nicht vorhabe, 7 Tage zu warten, bis ich wieder ein Los öffne. Aber, ähm... Vielleicht mache ich einfach jeweils kleine Videos für ein, jeweils Polos und schnippel die hinterher zusammen. Das wird man sehen. Das war jetzt aber live. Und, ähm... Ja. 1,50 Euro habe ich gewonnen. Was habt ihr denn dieses Jahr für einen Adventskalender? Erzählt doch mal. 3,50 Euro.